Warum Admin abgeben? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du gerade auf einem Umsatzlevel unterwegs bist, wo du gerade zwischen 8.000 bis 10.000 Euro oder zwischen 8.000 bis 15.000 Euro performst, dann bitte ich dich um eine Sache. Ab sofort Admin abgeben. Alles, was mit Backoffice ist, alles, was du bis jetzt selber gemacht hast, gibst du ab sofort ab. Du findest einen Mitarbeiter, einen Backoffice-Assistent, der das Ganze für dich macht. Dass du dich ab sofort am Kern deines Unternehmens fokussieren kannst. Dass du dich ab sofort nur noch mit MMA, Money-Making-Activity beschäftigen kannst. Dass du einfach mehr dich an einem Sales-Prozess hältst und mehr verkaufst. Dass du bitte nicht dich mit Buchhaltung, E-Mails, Post, Backoffice-Aufgaben, was einfach energetisch auch Zeit raubt. Erlaube es dir, groß zu denken. Erlaube es dir, auch mehr haben zu wollen. Erlaube es dir, auch abzugeben. Du musst das Ganze nicht selbst kontrollieren. Wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, oh Gott, ich muss jetzt abgeben, ich muss jetzt einen Mitarbeiter einstellen, der das Ganze Backoffice macht. Vertraue mir. Lass los, dass du auch was Neues empfangen kannst. Das ist so wichtig. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch. Aber vertraue mir eine Sache, ich weiß, wovon ich rede. Du wirst selber innerhalb von vier bis sechs Wochen merken, wie toll, wie schön, wie entspannend das diese ganze Sache ist, wenn du einfach mal Admin jemanden für deine Backoffice einstellst, der einfach für dich Admin-Sachen macht. Du wirst mit Leichtigkeit auch zur Arbeit kommen. Du wirst auch mit Leichtigkeit verkaufen, weil du dich auf jemanden verlassen kannst. und du wirst nur noch mehr Zeit, nur noch mehr Zeit für Money-Making-Activity haben. Du wirst mehr Zeit haben, kreativ zu sein. Du wirst sogar mehr Zeit haben, Content zu produzieren. Du wirst mehr Zeit haben, dass du in deine verdiente Sichtbarkeit gehst. Du wirst sogar mehr Zeit haben, nach Kooperationen zu suchen. Du wirst sogar mehr Zeit haben, dass du nach Events suchst, wo du dich einfach sichtbar für dein Publikum machst, wenn du einfach gewisse Dinge abgibst. Das Erste, was du abgibst, und das haben wir schon im vorigen Video gesprochen, es gibt gewisse Teamrollen in deinem Unternehmen, aber was du ab sofort abgeben musst, wenn du zwischen 8.000 bis 15.000 Euro unterwegs bist, ist jemanden einzustellen, der ab sofort deine Admin macht. Ich habe noch, dass du ein wenig sagen bist,